Hiho und willkommen bei mir zu Hause. Ich weiß heute ist wieder Mittwoch und ich bin im Wohnzimmer, also es wird wieder genäht. Passend zur Weihnachtszeit zeige ich euch nämlich heute, wie ihr aus Stoffresten diese süßen Weihnachtsanhänger nähen könnt. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Auf die Idee gebracht hat mich Mario Ried. Der hat mich nämlich unter meinem letzten Video gefragt, ob ich schon mal Weihnachtskugeln genäht habe und das habe ich bisher noch nicht gemacht. Also habe ich mich kurzerhand an die Maschine gesetzt und voilà. Okay, das sind keine Weihnachtskugeln, das sind Anhänger, aber wie ihr das von mir gewohnt seid, ist es schnell und einfach umzusetzen. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt geht's los. Unten in der Infobox findet ihr einen Link mit den Zeichnungen, die ich gemacht habe. Ihr könnt heute auch wieder super Stoffreste verbrauchen und hier habe ich einfach ein paar schmale Stoffstreifen, die ich hatte, zusammengenäht und habe dann aus dem entstandenen Stoffstück die Form, die ich gerne haben möchte, mir ausgeschnitten. Dann braucht ihr noch ein bisschen Füllwatte oder Flieseline und wenn ihr das Ganze als Aufhänger benutzen wollt, natürlich auch noch ein Aufhänger oder Dekoband oder auch Wollreste. Viel Spaß! Für die erste Variante, die ich mit Füllwatte füllen möchte, braucht ihr zwei Stoffstücke von der gleichen Form. Und wenn die Form nicht gleichschenklich ist, dann denkt daran, dass ihr das dann einmal so rum zuschneiden müsst und einmal so rum, damit wenn man dann die rechten Seiten aufeinander legt, auch alles zusammenpasst. Also das eine Stoffstück lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann, wenn ich das Ganze als Aufhängerchen machen möchte, brauche ich natürlich noch ein Stück Band und das lege ich hier auf die Stoffmitte, auf die rechte Seite, da an, wo ich es eingenäht haben will. Bei dem Herz ist es ja ganz einfach, oben in der Mitte, klippe mir das Ganze fest, nehme dann das andere Stoffstück und das lege ich mit der rechten Seite nach unten, überall bündig auf und nähe das Ganze zusammen. Da braucht man auch nicht unbedingt eine Nahtzugabe von einem Zentimeter nehmen, sondern Nähfüßchenbreit ist vollkommen ausreichend. Und ich lasse mir hier auf der geraden Seite nun eine kleine Wendeöffnung und nicht an der Rundung und auch nicht hier unten an der Spitze, weil das da dann schwieriger ist, hinterher wieder zusammenzunähen. Also hier an dieser geraden Seite von dem Herz lasse ich eine Wendeöffnung und den Rest nähe ich zusammen. Es ist nicht unbedingt notwendig, aber ich habe mir die Nahtzugabe mit einer Zickzackschere etwas zurückgeschnitten. Nur hier bei der Wendeöffnung nicht, da habe ich den Stoff stehen lassen. Vorsichtig wenden und wenn ihr Spitzen oder Kanten habt, das schön ausarbeiten, also wenn ihr zum Beispiel einen Stern ausgeschnitten haben solltet. Hier ist das recht einfach. So. Und das fülle ich jetzt mit etwas Füllwatte. So viel, bis ich die Form schön genug finde. Und nun muss nur noch die Wendeöffnung geschlossen werden und dafür die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen umklappen und entweder mit der Hand mit einem Matratzenstich das zusammennähen oder aber knappkantig mit der Maschine hier drüber nähen. Ich habe die Wendeöffnung mit der Maschine geschlossen und weil das dann hier wirklich ein bisschen blöd ausgesehen hat, habe ich einfach einmal knappkantig komplett drumherum genäht. Braucht ihr also das nicht mit der Hand zu verschließen und habe jetzt hier zu einem kleinen Rand. Für die nächste Variante schneidet ihr die Form aus der Flieseline aus und bügelt dann die Flieseline auf die linke Seite eures Stoffstückes. Und ihr braucht auch wieder zwei Stoffstücke. Dann lege ich die beiden Stoffstücke rechts auf rechts aufeinander und dann brauche ich wieder meinen Aufhänger. Und diese Stiefelform möchte ich hier oben aufhängen. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen schauen. Das heißt, ich werde mir hier einfach in der Mitte eine Nadel setzen. So. Die kommt jetzt hier drüben raus. Da habe ich nämlich eine Orientierung und werde die Schlaufe nun hier anklipse. Und dafür nehme ich aber hier oben einfach so ein Klips. Also der Stoff liegt mit den beiden rechten Seiten aufeinander. Und nun nähe ich knappkantig am Rand von der Flieseline einmal drumherum und lasse mir wieder an einer geraden Seite, also entweder hier unten oder hier an der Seite, eine Wendeöffnung. Die Form schneide ich jetzt knapp einmal drumherum mit einer Zickzack-Schere aus. Und wo ihr auch noch dran denken müsst, ist, dass wenn ihr das Band hier reinlegt nicht, dass es dann hier irgendwo in eine Naht mit drin liegt und dann habt ihr euren Aufhänger in die Seitennaht mit eingenäht. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Den Stoff bei der Wendeöffnung, den lasse ich wieder stehen. Den schneide ich nicht zurück. So und einmal wenden. Die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen umklappen, feststecken und entweder mit der Hand mit einem Matratzenstich zusammennähen oder knappkantig einmal auch hier wieder komplett drumherum nähen, dass das dann einheitlich aussieht. Für die dritte Variante braucht ihr zwei Stoffstücke, die größer sind als die Form, die ihr gerne ausschneiden möchtet. Und auf das eine Stoffstück kann auf die linke Seite gleich die Flieseline gebügelt werden. Dann werden die beiden Stoffstücke mit den linken Seiten aufeinander gelegt. Also hier habe ich nur eine rechte Seite und da auch. Dann lege ich die Form auf und male mir die einmal komplett auf den Stoff auf. Ich habe hier einen Kreidestoff genommen. Ihr könnt aber auch einen Trickmarker nehmen. Und diesmal wird der Aufhänger erst später dran gemacht. Also den braucht ihr jetzt noch nicht. Und nun wird einmal komplett auf der Markierung, die ich hier drauf gemalt habe, also wirklich komplett drumherum genäht. Hier brauchen wir keine Wendeöffnung. Und nun gibt es noch zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu versäubern. Also die Zuckerstange werde ich einfach hier mit einer Zickzackschere einmal ausschneiden. Natürlich dabei nicht die Naht verletzen. Dann ist die schon fast fertig. Und die Sternenform werde ich mit einer normalen Schere auch knappkantig einmal ausschneiden. und aber auch dabei aufpassen, nicht die Naht verletzen. Die Form, die ich mit der Zickzackschere ausgeschnitten habe, die ist jetzt schon fertig. Die ist versäubert. Da bringe ich nur noch die Schlaufe an. In dem Fall hier oben einfach auf der Rückseite hier auf der Naht nochmal drüber nähen, dass hier vorne nicht noch was Neues entsteht. Und bei dem Stern werde ich einmal komplett drumherum nähen und zwar mit einem Zickzackstich, den ich mir etwas kleiner einstelle. Also mit einer Stichlänge von 1,8 und die Stichbreite lasse ich ganz normal bei 4 oder 5. Also bei der Zuckerstange habe ich den Aufhänger direkt hier in der Naht nochmal festgenäht, damit man von der Vorderseite nichts sieht. Und bei dem Stern habe ich den Aufhänger so hier hingelegt und bin, habe nochmal hier in dieser Spitze den Aufhänger festgenäht. Dann sieht man da nämlich von der anderen Seite auch nichts. So, dann hoffe ich, ich konnte euch ein paar Inspirationen mit an die Hand geben. Wenn nicht, könnt ihr aber auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal!